Herzlich willkommen bei Spielregeln-Spielanleitungen. Wir möchten euch heute eine Erweiterung der Gravitrax, dem interaktiven Kugelbahnsystem, vorstellen. Und zwar der Kaskade, die Erweiterung Kaskade, nur mit Starterset spielbar. So sieht das Ganze auf der Verpackung aus. Hinten drauf steht, gewinne neue Energie über deine Kugel mit der Kaskade auf ein höheres Level und lege noch mehr Strecke auf deiner Bahn zurück. Kombiniere die Kaskade mit der Gravitrax-Starter-Set und bringe noch mehr Action in deinen Streckenverlauf. Wie lange rollt deine Kugel mit der Kaskade auf der Bahn? Hol das Maximum aus deiner Bahn heraus. Also das Ziel dieser Kaskade ist es, dadurch dass die Kugel natürlich irgendwann ein Gefälle braucht, die Kugel wieder anzuheben. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, wie das funktioniert und wie es aussieht. Wir haben sie schon mal zusammengebaut. Für euch ist es folgendermaßen gedacht, die Kugel kommt hier angerollt, fällt hier rein und dadurch dreht sich das Ganze und die Kugel hier wird dadurch angehoben und auf ein Level Höhe weitergeleitet. Das Ganze schauen wir uns mal an, indem wir das auf der von uns aufgebauten Bahn demonstrieren. Wir haben hier den Start, relativ hoch, geht sehr steil runter und dann geht es hier wieder hoch weiter. Normalerweise würde die Kugel halt nicht hoch rollen und hierdurch wird die Kugel wieder angehoben. Das schauen wir uns jetzt mal an, auch gleich nochmal genau nahe von oben. Und die Kugel wird angehoben und kommt im Ziel. Das Ganze jetzt nochmal von oben gleich. Das Ganze jetzt mal an, auch gleich. Wenn ihr weitere Informationen zu dieser Erweiterung der Kaskade haben möchtet, klickt gerne hier unten auf den Link und ihr kommt direkt auf Spielregen-Spielanleitung in unseren ausführlichen Testbericht von Gravitax, dem interaktiven Kugelbahnsystem von Rabensburger. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!